Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Minecraft Evolve mit einem 7. LP. Hallo. So, wir machen jetzt hier mehr oder weniger Endspurt, ne? Ja. Denn ich glaube, der leuchtet wird unser letztes Projekt, ne? So sieht's aus, oder? Auf jeden Fall. Ja, das muss reichen. Ich verschale den jetzt hier noch so ein bisschen. Ja, wir haben ein bisschen hart übertrieben halt, ne? So oft umgezogen und jetzt haben wir hier eher so eine Ruine in einem alten Haus. Jetzt mal ein kleines, komfortables Haus, mehr oder weniger. Ach, scheiße. Ne. Was denn? Ne. Was ist? Kein Strom mehr? Wie kann das denn sein? Wie kein Strom mehr? Dem eh ist aus. Das kann gar nicht. Das ist unmöglich. Hä, was ist das denn? Ich habe jetzt gerade auf den Reaktor geklickt und dann kam jetzt Internal Server Error. Das hatte ich gerade auch. Okay. Bei dem fetten. So, logging in. Okay, jetzt läuft wieder. Jetzt läuft wieder? Ja, jetzt ist er wieder an. Oh, lol. Der ist bestimmt zu groß. Irgendwas hat der bestimmt. Ne, ne. Der ist sogar noch zu klein. Der geht glaube ich... Nein, ja. Bitte? Jawoll. Aber... Komisch. Äh, so. Was mache ich denn jetzt hier noch hin? So was? Und... Gelbe Kabel und ein Importbus. Import... Gelbe Kabel und ein Importbus. Und... Ja. Yellow... Yellow... Me-Kabel. Sehr schön. Okay, dann nehme ich aber noch eine Chest. So. Und wie kriegen wir das der ME jetzt hier hin? Gar nicht gehört. Ähm, das können wir, äh, umbauen einfach dann. Achso, nee. Also wir können uns erstmal die wichtigsten Sachen... Ja, ist ja nicht viel. Das sind ein paar Festplatten, die packen wir in... Ja, gut. Weißt du? Und dann packen wir die einfach in die Dolly, nehmen die rüber, packen die da hin und bauen alles wieder auf. Das geht eigentlich recht schnell, also... Uh, da brauche ich eine andere Chest, sonst gewinnt die sich. Das ist Arsch. Kannst du gleich, wenn du kommst, noch ein bisschen, äh, Glas mitbringen? Was für Glas? Ganz normales? Ups. Ja, ja, oder quite clear, ist auch okay. Irgendwatt halt. Ist nur Deko. Achso. Ja, ein paar Sticks. So. Alles klar, also... Ach, das wollte ich doch gar nicht. Oh, ob das jetzt, das ME zerfickt hat? Watt denn? Ja, ich hab grad zwei Kabeln miteinander verbunden, wo ich... mir dachte, die dürfen nicht miteinander verbunden werden, aber... Aber war egal, ja? Sehr gut. Ähm, so, was schiesel ich denn mal noch hier schönes? Schiesel mal ne so. Okay. Hier muss, ähm, warte mal, was muss denn hier? Ach, das war einer nur. Ja, ja. Richtig. Hier musst du hier ein Lied. Das richtig? Watt denn? Was machst du denn? Ich hab, ich hab grad wieder voll den, voll den Hirnfick. Ne, ich will grad, ähm, das Delorium und so weiter, halt durch, durch, ähm, Thesurex führen. Ja. So, dass wir halt nix da rüber bringen müssen. Und ich hab grad wieder ein bisschen Hirnfack. So, hatte ich... Moment, warte mal. Hatte ich hier nicht irgendwo rote Blöcke gelagert oder so? Ich hatte sie wieder mitgenommen, ne? Aber irgendwie sind die weg. Toll. Also hier ist auf jeden Fall Export Only. So, hier ist Import Only. Aber was kommt denn hier rein? Hier kommt rein, der Zyanit. Genau, hier kommt der Zyanit rein. Boah, ist halt im Ruckeln hier, ey. Ja, heftig, ne? So, äh, Red. Ach, da der ME ist, ist da der ME aus, ne? Hier? Ne, das sollte eigentlich laufen. Ne, das ist aus. Ne, das läuft. Also ich komm da, ich komm da nicht dran. Hä? Ja, aber nur der, ja, aber nur der linke, rechts nicht. Warte, nehmen wir jetzt Redstone... Ist das scheiße, ey. Muss ich halt noch, noch ein paar... Ich muss leider ein paar Redstone-Blocke machen, Sebastian. Aber ich klicke immer nur einmal. Ich spam nicht. Warte, was ist da hin? Rappert nicht. Ne, ich hab grad richtig Hirnfack. Keine Ahnung. Ich muss dir das nochmal kurz drüber im Ehrenkast beim Berg angucken. Ich weiß nicht, warum das gerade so schwer ist. Weil eigentlich ist das nicht schwer. Guck, ihr habt das schon mal so ein bisschen zugebaut in der Mitte, ne? Oh, das ist ja mal richtig gut. Ja. Und dann kann da nämlich noch Glas drüber, weißt du? So, das dachte ich so, dass da in der Mitte Glas ist oder sowas. Sehr geil, ja. Moment, dann nehmen wir jetzt mal hier Kabel. Dann fühle ich das einfach sehr lang. Dann. 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 So, jetzt brauche ich nochmal zwei Filter. Genau. Basic Itemfilter. Was machst du denn jetzt da? Die Aufbereitung oder was? Ja, ja, genau. Dass der halt automatisch gefüllt wird. Boah, dieser Regen hier, ne? Ja, schlafen gehen wir halt ganz gut. Boah, ey. Ich bin wieder Größenbehindert. Ich heule gleich. Das ist nervig. Bist du gerade am Bett in der Nähe? Ne, ich bin gerade am Reaktor. Achso, okay. Ja, ich bin auch hier. Also am Leuchtturm, ne? Ja. Vielleicht sollten wir unsere Betten einfach mal hier hinstellen. Dann können wir auch immer mal eben pennen gehen. Ja. Inseln, ne? Die Redstone-Blöcke, die kann man noch powern, oder? Dass die leuchten, ne? Geht das? Ja. Ja. Ah. Einfach einen nur reicht das, ja, ne? Sollte reichen. Weil ich baue grad hier den roten Streifen, ne? Ah. Ah. Wieso schmeißt du jetzt den raus, dann manchmal? Wie voll behindert, weißt du? Anstatt das nachzulegen, hat das dann irgendwie eine Hand? Und wenn du ins Inventar gehst und wieder raus, schmeißt das hin, so. Ah. Also wenn man das richtig unterteilt. Ja. Dann hat man Redstone-Lampen, ne? Glaube ich, mit denen man das machen kann. Und dann mit dem Timer und wieder so ein Tugger-Legend, dann kannst du das wirklich so bauen, dass das Licht halt im Kreis geht. Aber das ist halt auch wieder ein bisschen ressourcenfressend, ne? Redstone und so. Ach, ehrlich? Obwohl, ich weiß nicht, inwiefern Redstone eigentlich so ressourcenfressend ist. Obwohl, glaub ich gar nicht, dass das so viel ist. Ja, wenn man sich mal anguckt, was manche damit machen, ganze Rechenschaltungen und so weiter, weißt du? Ja, eben. Die übertreiben ja richtig damit und das läuft. Welcher Höhe sind wir denn hier? Ah, 136 jetzt. Na gut, vielleicht nicht auf dem richtigen Server, sondern halt nur Singleplayer, keine Ahnung. Ja gut, da dürft ja nicht viel Unterschied machen eigentlich. Wenn wir beide im gleichen Gebiet sind, dürft das eigentlich nicht viel Unterschied machen, glaub ich. Ob das jetzt ein Server oder Singleplayer ist. Dann bist du schon wieder raus. Ja. Scheiße. Ja, jedes Mal werden wir das Buch benutzt, weißt du? Ah, das hab ich gar nicht mehr, komischerweise. Richtig? Ne. Das ist... Hat sich erübrigt. Also ich komm trotzdem, meinst du eh dran. Ähm, hast du vielleicht mal die Gestalt gewechselt? Du warst ja auch mal eine Zeit lang der Vogel, oder? Ja, ich bin jetzt der Wisp. Also ja. Aber vielleicht wichert der daran, weißt du? Ja, könnte natürlich nur sein. Nur, nur in der Gestalt, dass das so Buggy ist. Habe ich einen Wisp überhaupt? Ach, das bestimmt. Äh, sieht nicht so aus. Ne? Hast doch bestimmt mal eine in der Hölle geklatscht, oder? Doch, hier. Woll grad sagen, ey. Okay. So. Das hier, das hier war scheiße. Das kann ich wegmachen, und... Und das da anschließen. Weil das geht ja sowieso alles ins ME. Huh. Was denn? Äh, das... Ach, jetzt hab ich hier gar nicht ein Glas gegeben, ne? Ne. Weiße. Ja, ist nicht schlimm. Ich baue jetzt erstmal hier die eine rote Schicht. Ja. Schmeiß einfach irgendwo da hin. Ich hol mir das gleich. Bin sofort hier fällig. Ich bin ja grad wieder zurück, deswegen. Ich musste grad ein bisschen was reparieren. Ich hab wieder Scheiße gebaut. So, ich hab jetzt hier eine rote Schicht. Ich weiß nicht, ob das schon reicht. Machen wir drei so? Ups. Drei rote Schichten? Ne, dann ist die wieder zu dick. Drei, würde ich sagen, oder? Zwei? Okay. Ja, zwei Stück. Gut, dann hole ich jetzt mal ein bisschen Marble von hier drin. Und baue die mal... Eigentlich... Eigentlich sagt man ja, alle guten Dinge sind drei, aber... Aber nicht hier. Hey, nicht, ey. Hier nicht, ey. Hier nicht, ihr Furzen. So. So, also, das ist jetzt das Dingenskirchen, was auch hin und her sendet, ne? Genau. Ach, der andere war gar nicht auf die richtige Frequenz eingestellt. Okay, ja, daran hat's dann wohl gelegen. Okay. Dann... So, das brauche ich... Okay. Von da aus kann ich das dann mit einem Itemfilter... Direkt rausschicken. Aber das lief doch schon mal, oder nicht? Nee, so... Oder machst du das... Oder machst du das gerade hier am neuen Reaktor, oder was? Ja, ja, klar. Ach so. Das muss ja dahin. Ja, aber ich seh dich irgendwie die ganze Zeit gar nicht hier unten so... Ne, ach so, ja. Das muss ich gleich noch einstellen. Das ist aber nur ein... Ein Dings, was ich am Tesseric machen muss. Ah, okay. Hier muss ich jetzt gerade erstmal die ganze verkackte Sortierung wieder auf Kette kriegen. So, also hier ist Insert. Genau, dort geht hier alles ins ME rein. So, von da aus geht reingeschickt und raus. Da kommt das Cyanid. Aber nur das Cyanid kommt raus. Okay, da brauche ich jetzt einen Itemfilter. Die brauche ich ja generell. Dafür müssen wir auch jede Menge haben. Bei den Itemfiltern? Ja. Ich hoffe mal. Noch vier Stück? Ja, nicht so viel, ne? Ja, wenn nicht, dann craftet man halt nur welche. Ja, ich habe dann auch immer direkt ein ganzes Deck gecraftet. So, Skelett hier vom Turm geschlagen. Direkt ein Skelett hier oben drauf, Sebastian. Direkt hast du hier die fliegenden Ratten, weißt du? Skelette halt. Skelette sind die neuen Tauben hier in Minecraft, ey. Die scheißen alles voll hier oben. Kackskelette. So, ich... Also, raus sollen nur... Ähm... Vier Dingenskirchen. Wie heißt das? Chilorium. Oh, und genau das habe ich jetzt grad nicht mehr auf Tasche, Alter. Ich heul gleich. So, Moment. Ah, Kollege und ich haben das hingekriegt, dass jetzt über zwei Wochen unser komplettes aus, deswegen ging uns ja auch das Deilorium aus, weißt du? Ach so. Weil keine Query lieb und trotzdem die ganze Zeit Strom verbraucht wurde. Krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht, ey. Krass, aber wofür ist das denn dann draufgegangen? Ja, für das ME. Ach, nur für das ME? Lol, ey. Für das ME. Wie, wann habt ihr denn da dran hängen, Alter, ey? Richtig übertrieben viel. Du warst doch mal auf dem Server, hast du dir das doch angeguckt. Ach ja, stimmt. Hab ich ganz vergessen. Oder? Nee, war ich auf dem Server mal? Nee. Ich glaube, das war jemand anders. Doch, einmal, so recht am Anfang warst du mal drauf. Ach so. Ja, sorry, jetzt hack jetzt kurz. Okay, da hatten wir auch nicht so viel. Verinsert, ähm. So, ich hab da schon die beiden Kränze fertig von dem Ding, ne? Ja. Alles sehr gut. Entschuldigung, dass ich hier grad so ein bisschen unnütz bin, aber ich muss das hier grad echt äh, ein bisschen penibel machen und auf alles achten, sonst funktioniert das ja nicht. Ich mein, die Aufgabe ist ja ein No-Brainer, mit dem Buildersworn hier Mauern gerade hochzuziehen, ne? Also, da brauch ich jetzt nicht so viel Hilfe. Könntest du mir eh nicht viel helfen, wir haben ja nicht noch einen zweiten. Ja, da könnten wir sogar craften normalen. Nee, da brauchen wir halt, aber wir haben kein aktiviertes Siegel da. Doch, müssen wir haben. Echt? Ja, ja, klar, von den anderen. Ich mein nicht wie, da war kein Spy, aber... So, ähm. Dann Receive, bam. Ey. Ich verkack einen. Ach, jetzt hab ich hier einen höher gemacht, ey. Scheiße. Receive, okay. Achso, ich hab wahrscheinlich noch nicht, äh... Oh, was denn? Durchbehinderung. Immer noch. Tja, ja, das ist ja der einzige Nachteil, ne? An dem, ähm, Mod hier quasi, an dem Skin-Mod, ne? An dem Morph-Mod. Ah, er sagt, das ist always active. Warum? Achso, ups. Bin ich dumm. Falsches Dingin. Was für ein falsches Dingin? Ich hab Energy-Mode gemacht und nicht Item-Mode. Ah. Weil ich glaub, da passiert immer noch nix, weil ich auch den anderen falsch eingestellt hab dann, ne? Naja, wieder aus Gewohnheit, weißt du, wieder auf Energy-Zeus geklickt. Weil die sonst ja eigentlich nie was umstellen aus der Energie. die... Ja, gut. Äh, zurück. Na genau. Jetzt bin ich wieder grüßen. Behindert, awesome. Mach. Oh, ME ist aus. Abel Valum. Beide aus? Gibt der doch ab? Der hinten ist gerade aus, weiß nicht. Bad Nacht oder so? Nö. Ist eigentlich schon ein relativ langer Tag. Ach, fuck. Wie war das nochmal? Shift und Alt. Was denn? Ja, um bei dem Reaktor nur, äh... Prozentzahlen im einschließenden Bereich zu ändern. Ach so. Ich lass den jetzt mal ein bisschen mehr ballern. Ich weiß nicht, vielleicht hat der zwischendurch mal kleine Energielücken oder so. Ich weiß nicht, warum das jetzt aus ist. Tja. Vielleicht ist das auch nix mal an, wenn du wieder reinkommst. Oder wir wieder drauf kommen beim nächsten Mal oder so. Ja, ich hoffe. Muss funktionieren. Man weiß es ja nicht, ne? Okay, Leute. Dann würde ich mal sagen, bis morgen. Jo. Haut rein. Tschüss. Tschüss.